Come around and got the whole thing vibing W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w- zu diesem neuen Video. Wir sind in einem wahre Projekt und zwar ich und Treadshadow. Hallo erstmal. Ja, ich auch. Oh Gott. Leute, wir haben da hinten ist Zuckerrohr. Oh Leute, ich bin so angeschwunden. Leute, 6 Sekunden. Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Okay, go. Zuckerrohr, go yoga. Junge, ich nimm das Zuckerrohr. Ich nimm das Zuckerrohr. Lauf. Go. Lauf. Die haben schon Holz. Junge. Nein, nicht da. Ich hab das Wasser. Nicht hier was Wasser. Komm hier, komm hier, komm hier. Junge. Junge. Wenn wir jetzt sofort sterben. Nein. Nimm mal Katze. Komm hier bei mich, komm bei mich, komm bei mich, komm bei mich. Hier, hier, hier. Ich nimm mal Katze. Hier. Okay. Junge. Okay, nimm Holz, nimm Holz. Wir brauchen noch ein Schwert. Go. Junge, wir brauchen sofort Essen. Junge, wir verungern. Erste Folge, Junge. Mir fehlt schon so viel Essen. Das ist die erste Folge. Hier, ich hab eins. Ich hab eins. Oh. Oh, Leute. Junge, wir müssen noch Essen fahren. Wir haben gar nichts. Wir müssen weg von hier. Weg, 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 weg. Einfach weg, nur. Ja, wir müssen weg von hier. Dringend. Junge, wir müssen weg von hier. Komm schnell. Komm her, komm her, komm her. Kill jedes Tier, was der auf... Kill jedes Tier. Wir müssen überleben, die erste Folge. Ja, okay. Ich kann nicht sprinten. Pass auf, ne? Junge, wir dürfen nicht sterben. Nicht die erste Folge. Komm. Ja, ich kann eh nicht mehr laufen. Egal, egal. Junge, wir müssen weg von hier. Go. Wir müssen einfach nur Tiere finden jetzt. Sonst herhungern wir in der ersten Folge. Junge, wir müssen weg von hier. Komm, wir müssen weg von hier. Komm. Ja, wir müssen weg vom Spawn. Das ist jetzt wichtig. Und vor allem müssen wir... Alter, was schreiben die denn dann? Skype. Wir müssen weg von hier. Habt ihr jetzt weg? Doch, eins. Ich kann mal nicht dem Tier folgen. Du darfst keinen Herzschaden bekommen. Das ist wichtig. Weil du kannst nicht mehr regenerieren. Ja, hab ich's auch grad gesehen. Ah, Junge. Oh. Hilfe. Da ist, glaub ich, ein Erwachsenes. Komm, komm. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich seh dich nicht mehr. Okay, okay, ich seh dich. Wo, ah ja. Oh, Hilfe. Okay. Das ist ein... Ja, wir brauchen jetzt Essen, Junge. Junge, ich verhungere gleich, ne? Also, ich hab noch... Ja, okay. Nimm sie, nimm sie, nimm sie. Wir brauchen jedes Huhn. Wenn wir jetzt in der Höhle gehen. Ja, komm, man. Junge, wir müssen gleich einen Ofen aufbauen. Komm, wir müssen jetzt... Stein. Geh Stein fahren, geh Stein fahren. Geh du Stein fahren. Ich schau ein bisschen hier so rundherum. Mach schnell. Darfst auch Zucker, aber ich geh das suchen. Natürlich im superschnellen Sprintmodus. Sprintmodus. Oh, Junge, ich bin so angespaßt. Ja, ähm... Ich, ich, ich bekomme... Ich bekomme Hunger. Ich bekomme Schaden. Hilfe. Ja, okay, ich muss... Junge, uns fehlt es einfach an Essen. Ja, okay, ich seh dich. Komm dir hinterher. Ja, okay, aber wir müssen... Jetzt schnell einen Ofen aufbauen, für das wir alles braten können. Junge, wo bist du? Geh dahin. Wo bist du? Ah, ich seh dich. Ja, Junge, wir brauchen einen Stein. Mach eine Spitzhacke. Oh. Junge, wir brauchen jetzt einen Trinkenofen. Hinten ist noch Zucker, aber sollen wir das nehmen? Hier sind Kühe. Zwei Stück auf jeden Fall. Ich hab Leder. Ich töte... Hier ist noch ein... Da ist noch ein Pig. Wir brauchen jedes Tier, Junge. Ähm, ich bin einfach weiter in den Wald, in den Birkenwald. Ich brauch Essen, keine Federn. Okay, gut. Hier ist noch Zucker, aber ich geh das kurz nehmen. Da ist noch eine Kuh. So. Okay, da sind noch drei Kühe, seh ich auf jeden Fall. Vier Kühe. Fünf Kühe. Okay, nice. Ja. Ähm, ich hab... Ich muss leider was essen, weil ich hab den Verhunger schon gefasst. So. Einfach was essen. Okay. Ja, ich geh nur kurz hier... Ich geh nur kurz hier was suchen. So. Ist noch Zucker. Ich komm zurück. Kann sein, dass ich jetzt gekillt werde. Bin ganz allein hier. Komm zurück. Junge, Junge, Junge. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin unter... Wo zurück? Ich bleib mal stehen. Okay. Okay, Junge, wir müssen zu der Höhle. Junge, wir müssen zu der Höhle. Jetzt. Und braten. Vor allem jetzt braten. Junge, wir müssen jetzt das Essen braten. Jetzt. Nein. Nein. Aber, Junge, wir müssen jetzt... Zu dieser Höhle. Ich kann nicht mehr sprinten. Das weißt ihr schon. Okay. Es... Ist das Hardcore? Wenn er jetzt schreibt, ja, dann kann man durch Hunger sterben. Die haben schon... Junge, die haben schon richtig gute Sachen. Okay, wir müssen jetzt go. Jo. Okay, ich hätte gedacht, der wäre so ein Dorf. Okay. Ähm, lasst uns warten. Also, du hast ja Stein, oder? No, no. Mein Schwerd ist kaputt. Wo bist du? Ich kann... Ich sehe dich nicht... Ah, ich sehe deinen Namen. Okay, ist gut. Ähm. Ja, Stein. Go. Junge, du hast Hunger. Hunger-Effekt. Was hast du gegessen? Okay, warte. Ich mache mir kurz eine Picke. Junge, ich bin so angespannt. Wir müssen jetzt... Ich gehe ein bisschen Stein holen. Nicht gerade immer runter bauen, ne? Warum schreiben die hier die ganze Zeit in Skalp? Ah, ja. Nicht sterben! Junge, kein Dammit! Geh weg! Geh weg! Ich bin da, wo wir waren. Ähm. Ich bin da, wo wir waren. Jetzt gerade noch. Wo ich jetzt gerade... Ja. Es wird Nacht. Junge, es wird Nacht. Okay. Warte, ich nehme... Äh, nimm noch ein bisschen Holz. Nimm zwei Holz. Nimm zwei Holz. Zwei Herzen. Du. Nein. Nein, wir gehen denen jetzt. Ich gehe... Als erstes musst du recken. Nein. Nein. Da ist ein Zombie mit einer Schaufel. Noch ein Zombie. Doch, jetzt. Ich habe kein Schwert. Er hat... Er hat ein Eisen gedruckt. Er hat Kohle. Hast Kohle. Okay, dann, äh, Essen rein. Junge. Ja. Ist gut. Ich seh... War das ein Spielernamen? Ich glaube, ich habe einen Spielernamen gesehen. Junge, es ist nicht. Nein, bitte nicht. Junge. Ich glaube, ich höre was. Okay, nehmen wir das Essen raus. Go. Oder... Ich muss essen. Ja, nimm. Oh, ich kann regnen. Nicht laufen. Sehr wichtig. Okay. Hier, zumachen. So, und jetzt. Runter hier. Oh. Junge, ich bin so angespannt. Ich bin so angespannt. Bist du noch da? Hättest du Angst, ne? Wir brauchen... Wir brauchen Kohle. Dringend. Ich mach mal kurz ne Picke. Äh, besser zwei. Hier, nimm das. Sprinten. Höhle. Kleine. Achtung, vor Creepern, ne? Kohle. Nice. Ein Skelett. Hab's. Hab ein Skelett. Nimm du die Kohle. Hier ist auch Eisen. Da ist noch ein Skelett. Es hat mich angeschossen. Ich hab'n Bogen. Halbe Duability. Ich hab'n Bogen. Nein, aber hier ist Kohle. Okay, bau nie unter dir den Block ab, ne? Nie unter dir den Block abbauen. Junge. Wir müssen uns irgendwie einbauen. Irgendwie einbauen, ne? Junge. Bogen hier unter dir den Block abbauen? Nicht vergessen. Kann sein, dass Lava da ist. So. Hast du Stein? Oder irgendetwas, damit wir uns einbauen können? Wir haben noch zwei Minuten. Ja. Alter, Ofen. Ofenblenden. Ja. Ich geh' auch hier nochmal ein bisschen schauen, ob ich was hier in der... auf jeden Fall Essen ist ultra-wichtig hier. Ich geh'n bisschen Stein. Hast du noch viel Holz? Schau' nochmal nach, schnell. Wie viel hast du? Ich hab' fast nicht. Okay, ich hab' noch ein bisschen. Ähm, hast du Workbench mitgenommen? Workbench reinmachen, bitte. Schnell. Ja, ich bin hinter dir. Oh, es hat geleckt. Okay. Ähm. Ja. So. Eisen in den Ofen rein. Essen in... Ja, hier machen wir... Essen. Juck, juck. Ja, okay, das ist wichtig. Aber wir haben... Die gute Sache ist, wir haben Zucker und Leder. So, vor dem Anfang. Ich hab' oben... Okay. Sollen wir clean... Ah, nein, wir müssen ja nicht cleanste machen, weil wir produzieren ja eh vor. Ich bin wache mal kurz hier alles. Ich geh' mal sneaken. Ja, ich verschaffe. Okay, nicht dahin. Also, nicht unter dir den Block abbauen. Nicht unter dir den Block abbauen. Nicht unter dir den Block abbauen. Äh, nicht viel. Äh, 18. Wir brauchen mehr. Drei Sekunden ist die Folge vorüber. Ähm, nein, ich mach' als erstes einen Brustpanzer für dich. Du musst kämpfen, wenn's drauf ankommt. Hier. Ich vertraue dir's an. 15 Sekunden vorbei. Sollen wir alles abbauen, oder... Wir kommen ja eh gleich wieder drauf. 10 Sekunden. Okay. Okay. Das war... Ja, das war die erste Folge. Oh! Deine Aufnahmezeit ist vorbei. Warte nur Sekunden, bis du wieder spielen darfst. Junge! Das war die erste Folge von... Blockwaro. Ja. Leute, ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Und wenn's euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Jo, haut da rein, Leute. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.